Hallo, wir spielen heute wieder INSIDE Und ja, das war mein neues Intro, oder mein erstes Intro auf diesem Kanal Und ja, ihr könnt ja jetzt gleich schon mal Feedback dalassen, wie ihr dieses Intro findet Und das wird jetzt halt eben auf Assassin's Creed auf allen Videos, äh, alles klar, wird halt eben auf allen Videos kommen Und, ähm, ja, wenn euch das halt eben gefällt, könnt ihr ja jetzt auf dieses Video schon mal ein Like dalassen Und ja, wir spielen jetzt hier weiter bei INSIDE weiter Äh, so Und ich glaube, wir sind immer noch in der Fabrik, kann das sein? Weil so wirklich raus sind wir jetzt noch nicht Okay, was ist das? Oh Okay, das war jetzt nicht so schlau Okay, gehen wir nochmal da hin Obwohl ich glaube, wir warten hier hinten im Dunkeln Und ich glaube, wir sollen in diese Tauchglocke rein Okay, jetzt schnell runter Okay Jetzt kann man hier so das U-Boot lenken So, und jetzt müssen wir, glaube ich, wahrscheinlich mit diesem U-Boot hier raus entkommen Ah, okay, hier geht's durch Da kann ich jetzt leider nicht durch Ah, okay Okay Wenn man A gedrückt hält, kann man halt irgendwie das so aufladen Und dann macht man so einen kleinen Boost nach unten Okay Ich schätze mal, wir müssen hier rechts lang Vielleicht, äh, werden wir gleich schon rausbekommen, worum es hier tatsächlich in dieser Story geht Naja, müssen wir mal gucken Okay, da geht's durch Okay Okay Alter, sind wir hier in einem versunkenen Schiff oder sowas? Okay Oh, ist immer normal Ist immer normal Entscheint schon Ah Eins da drunter Okay Okay Äh, das war jetzt nicht so schlau Können wir jetzt hier mal durch? Halt's ab Jetzt müssen wir hier oben auch noch Ach 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 Ich glaube, wir müssen jetzt ohne die Tauchglocke weiter Okay 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 Jetzt hier ran und dann Klettern wir mal weiter hoch Hier sind wohl wieder ein paar Mäuschen Ein paar kleine Mäuschen Okay Okay, ich glaube, da sollen wir nicht lang Nee Wir müssen hier rechts weiter Wer war das? Oh Wir waren zu langsam Wir müssen echt sofort dann weglaufen Lauf, 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 lauf Okay Haben wir geschafft So Dann müssen wir jetzt hier aber nochmal Noch einmal hoch Den selben Quatsch nochmal machen Oh, war doch kein versunkenes Schiff War eigentlich einfach nur eine Anlage, die jetzt so unter Wasser war Ich glaube, ich geh mal lieber weg Okay Ey, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen gescheuert Nochmal Okay Das haben wir Mal schauen, wo es hier links lang geht Weil anscheinend laufen wir jetzt irgendwie wieder zurück, ne Ach man, als ob Als ob ich jetzt den ganzen Wegen nochmal machen muss, ey Diese kleinen Schweine, ey Ach man Okay Ab hier Müssen wir jetzt nochmal aufpassen Weil ich schätze mal, wir müssen an dieses Ding da natürlich heranspringen Ach 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 Ich dachte halt immer, dass dieses Schwarze, dass das Leben schon runter geht Also jetzt müssen wir Jetzt müssen wir uns nochmal hoch konzentrieren Oder ich muss mich nochmal konzentrieren Okay, da ist die Grenze Alter So So, komm Schwing dich Schwing dich rüber, mein Junge Dieser Vollidiot, ey Weil der Typ hat als ich, ähm Weil ich wollte halt eben, dass er ganz unten, der muss ganz unten ans Seil ran, damit er halt eben rüberkommt Und das hat er halt eben nicht gemacht Er ist einfach so Ja So ganz easy So Ich glaube, das ist weit genug unten Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Krasser schwingen So Alter Er hat's geschafft Okay Meine Güte Okay Okay, jetzt können wir glaube ich weiter mit unserer Tauchglocke, oder? Aber irgend so ein Tier gerade Ah, okay, alles klar Ach man, komm Okay Okay Das haben wir Und anscheinend müssen wir doch weiter ohne unsere Ding da Okay Also wir müssen auf jeden Fall mit unserer Tauchglocke hier weiter Da ist noch ein Lämpchen, ich glaube, hier muss man wieder Gibt's irgendwas mit einem Mechanismus, oder so? Nee, hier können wir nur weiter Hm, komisch Oh, anscheinend doch Ich glaube, das ist bestimmt wieder irgendwas auf Zeit Hm, warte Ich muss dann hier natürlich hoch Ah, okay Gut, ist doch nicht auf Zeit Also alles gut Äh Ja Kann man jetzt dann Ja Vielleicht da unten durch Schon Ja Hier unten geht's aber weiter Das heißt, wir müssen Den Typen hier noch mitnehmen Glaube ich, oder? Schwimmen wir mal hier oben lang Ja Wir müssen den mitnehmen Das heißt, ich lass den jetzt immer hier Weil vielleicht ist es so, dass durch die Strömung Der Typ halt irgendwie dann Äh, diese Glocke dann irgendwie da mitgeschwemmt wird So, nach rechts rüber Ah, ich hab, okay, ich hab ne Idee Das ist eigentlich ganz einfach Wir fahren mit der Glocke rüber Ähm, müssen dann halt eben, äh, wieder durch das Gitter tauchen Und, ähm Äh, genau Dann können wir eigentlich weiterfahren Genau Genau, geht's hier nämlich, nämlich schnell wieder rüber Hier so Ich hoffe aber, weil wir haben ja vorhin so ein kleines Tierchen gesehen Dass das jetzt nicht Kommt Oh, äh, ja, vielleicht nochmal kurz hoch, ne Nicht ertrinken Ja, du ertrinkst jetzt, ja, dachte schon Hm So, jetzt schnell, tauch, 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 tauch Und sofort wieder hoch Okay Können wir hier weiter Genau, und die Glocke ist drüben Ähm Ja Okay Okay Gut, Leute, aber ich würde sagen, das wär's dann auch schon mal Mit dieser Folge von Inside Wenn euch die Folge gefallen hat Und wenn euch das Intro, das neue Intro gefallen hat Lasst doch gerne mal ein Like da Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal Und bis dahin, haut rein Tschüss Die Bolze Und jetzt